Lass mal mit dem Fahnen mit mir sitzen. Achso, ich sollte noch irgendwie... Was war das jetzt noch? Ach genau, den Link kopieren. Und dann nochmal... Das ist ganz komisch. Und jetzt gleich ist das Video gespiegelt. Das sieht man auch aus der Sicht von jemand anderem. Also das ist praktisch diese... Das ist meine Account-Sicht. Und das ist die Sicht, wie andere das sehen. Und sie meinte dann, der Ton würde dann besser ankommen. Hat man jetzt auch gerade gehört. Stimmt, ja. Der ist auch total versetzlich. Ich weiß nicht, warum wir mal so zwei Stunden schauen. Ich müsste ja gerne, ob die Herren schon zuschauen. Vielleicht ist sie das. Könnte sie ja dann in die Kommentare schreiben, ne? Ob sie auch da ist. Ja. Ich sage, good morning, Russia. Von Russia, with love. Gut. 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 Vielen Dank. 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 Ich habe es auch ausprobiert. Was ist das? Das ist eine Kamera und sieht man sich in einem Bildschirm. Ich habe es auch ausprobiert. 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 Ich habe es ausprobiert. Ich habe es auch 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 ausprobiert. Ja? 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 Ich habe es auch ausprobiert. Was soll ich denn machen? So? Oder was meinst du? Was soll ich machen? Mathe mache ich nicht. Kann ich nicht. Das musst du selber machen. Was soll ich denn in Deutsch beibringen? Komm doch einfach mal vorbei und red mit mir hier. Bitte. Da klackts. Da ist es viel schneller als da, siehst du das? Dann nimm es auf und bis es dann da im Internet drin ist, dauert es irgendwie total lang. Erzähl mal was, doch, erzähl mir mal. Ihr seid dumm. Das stimmt nicht. Deswegen bist du hier im Lehrerraum, damit du den Leuten was beibringen kannst. Was willst du beibringen? Du. Was stimmt nicht? Ihr seid total intelligent alle. Nö, dumm. Nein. Wenn ihr jetzt das gelernt habt, was Clara euch jetzt beibringt, seid ihr noch intelligenter. Dass man nicht dumm sein kann. Nein. Kann man doch nicht. Jeder kann was. Komm, wir gehen hier. So. Komm, wir gehen. Bier. Ihr seid im Winter an der Etsy. Dann geht es um den Winter. Ja. Ich kann doch wieder weggehen. Ich weiß. Ich bin lustig. Wenn man noch wieder weggeht oder nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute wieder weggehen können. Dann ist das gut. Dann ist das gut. Los, wir gehen über alle zwei. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Und los, wir gehen vor. Ja, also, wie erklären wir heute? Mal. Genau, mal. Also, mal ist Plus, halt nur, wenn ein Sieben mal Sieben ist. Sieben, Plus noch mal 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 Sieben, noch mal und noch mal. Und dann hat man sie. Genau. Husch! Und... Ähm, dann kann man... Wetter! Husch! Ja, und dann hat man mal. Und jetzt, wenn man, ähm, jetzt, wenn man dann, äh, drei mal neun, dann macht man drei, also neun, Plus neun ist 18, Plus noch mal neun ist 27. Und dann hat man das Ergebnis 27. Genau! 27. Tschüss! Tschüss! Bühnei ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Papa, kann ich dir mal kommen? Bitte. Papa, bitte. Du hörst alles, was du sagst. 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 So, ja, heil, Leute. So, das nimmt die ganze Zeit auf. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Stopp. Ja, oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ... ... ...... 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 ... ...... ... ...... ...... ...... ...... Vielen Dank. 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 Guck mal, Ja, Siehst du das? Nee, jetzt ist es irgendwie... Da bist du in der Linie-Wart und da bist du in der Verzugung, ne? Du bist der T-Shirt. Für die. Na, weil letztes Ende... Wir sind gleich fertig. Naja, man kann das ein bisschen sehen, wenn man... Auf der anderen Seite hängt ein Monitor und da sieht man sie. Ah, okay. Die sind zu sehen, auf der anderen Seite außen. Hey, wieso macht der das dann mal? Ja, genau. Also, das ist unser Trainer und wir sind diejenigen, die sie lernen. Nee, das ist unser Trainer. Du bist unser Trainer. Wieso? Ich bin unser Trainer. Also, das sind unsere Trainer, das sind die Lernenden. Komm, wir sind es. Nein, nicht? Okay, komm. Ja, okay. Genau, jetzt gehen wir. Jetzt muss ich meine Tochter da rein. Und wo ist die? Da kommt was? Mach den Vorhang zu. Das ist zeitverzögert. Oh, hey. Oma. Oma. Guck mal. Oh. Alles, was man da sieht, sieht man dann danach da. Ja, weil, guck mal. Mhm. Mhm. Guck, jetzt. Hört sich, ne? Komm, wir gehen wieder raus, oder? Oh. Und hinter uns können uns Leute beobachten, da oben, da. Da beobachten uns welche. Oh, oh, das wird schwierig. Du lächelst nur, Mama. Ich lächle dich an und gucke aber dahin. Das ist lustig, ne? Komm, mach auch wahr. Was denn? Wir stehen die Haare zu Berge. Komm, wir müssen wieder raus. So, komm. Guck mal, da oben, da guckt einer durchs Loch. Komm, raus. Stehen noch mehr Leute. Nein, da stehen nicht. Ich bin eben. Guck mal. Aschein. Guck mal, jetzt, Aschein. Guck mal, dann tut wieder jemand. So. Eben. 나� Ja. Ja. Guck mal, dann. Agnt. Guck mal. Wann. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Geh. Vielen Dank. 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 Nein, du musst... Ja, nein, nein. Ja, nein. Und wenn deine Augen auf das erste vermeintliche Kunstwerk stoßen, dann gehst du von unten bis oben bis oben bis oben, hebst du den Blick das Kurzwerk ab. Jetzt achte mal auf das Geräusch von den Füßen, das die Zuschauer machen. Und... Und... Spürst du... Spürst du das Gefühl von... Was hast du... ... und... Okay... Okay... kannst du... kannst du... wieder herrichten... Bist du... Ich... Okay... und dann... und... und... Okay... Okay... kannst du... ... und... Grenzen und... ... 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 und... Ja. Ja. Okay. Okay. Ich dir auch. Ciao. Ja. 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 Klappt ja. 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 Vielen Dank. Ja, komm, was soll's. Ja, also ich grüße erst mal in die Welt und ich werde, glaube ich, beobachtet. Da kommt jemand, da oben, da. Das ist er. Okay. 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 Kas! Gut. 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 Was ist das? Guck mal, das ist zeitverzögert, ne? Einmal ist hier, ist das, was jetzt passiert. Und das ist das, was ich eben gemacht habe. Guck mal. 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 Jungs, hört auf. Sing doch mal ein Lied. Nein, nie. Kein Babylied. Ich weiß nicht, welches Lied, Papa. Was ist denn gerade der Lieblingslied? Ich weiß nicht, welches Lieblingslied. Ich weiß nicht, welches Lieblingslied. Happy Birthday für dich. Weißt du, wer morgen Geburtstag hat? Nein. Tante Jenny. Sollen wir Happy Birthday für dich, für Tante Jenny singen? Ja. Also pass auf. Na? Ich muss das wieder aufmachen hier. Das kennen wir. Wo war's denn? Was ist denn? Ah ja, jetzt. Eins. Zwei. Drei. Happy Birthday für dich. Happy Birthday für dich. Den Kuchen, nee, die Geschenke krieg ich. Den Kuchen musst du suchen. Und den Kuchen musst du suchen. Findest du nicht. Vielleicht kann die Jule uns jetzt sehen. Hallo, Jule. Hey, hör auf mich. So, und wollen wir weiter? Ja. Wissen Sie, dass man, dass der Kopfhörer eng ausnimmt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Warte, ich will, wir gehen gar nicht. Okay, tschüss. Total lustig. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt geht's endlich diese Maklanela weg, die mich die ganze Zeit nachgemacht hat. Oh mein Gott, die Gruppe. Warte, jetzt kommt's. Oh mein Gott. Jetzt ist es voll verwirrend und guckt da drauf und dann... Hä? Das ist ja übel. Oh mein Gott, du musst dich. Das wäre schön aus, ne? Wie kann man da irgendwas hören? Was weiß ich, was? Kai, du musst glaube ich das Mikro mal reinstecken. Hallo, hallo. Ja, mein Herz. Gut. Ah ja, wie nice. Oh, das ist ein Mikro. Oh, da wird auch gerade noch Pugelschmeiß. Äh, jetzt hat den Kofferrat in der Kofferrat in der Kofferrat in der Kofferrat in der Kofferrat. Jule, du hörst nur was, wenn ihr was sagt. Ja. Bist du ja so verwirrend? Wirst du gar nicht wusste, die Kamera... Ach, da ist die Kamera. Ah, da ist die Kamera. Hallo. Das ist doch verwirrend. Kai, jetzt machst du auch nichts mehr. Kai, jetzt sprich mal rein. Hallo. Oh, was war's denn? Da hört man nichts von. Okay, bei mir da raus. Ich hab in der Offenlöte. Das fand ich jetzt voll witzig. Warte, ich möchte einmal mit zur Seite sein. Dann kann ich das auch nochmal sehen. Warte, so. Du würdest mich gerade erst auf dein Profil sehen. Siehst du so in echt aus, Leute? Ja. Siehst du so in echt aus? Ja. Mein Kind ist so schief. Mein Gesicht ist anders so hässlich. Mann, Leute. Au, au. Scheiße. Ah. 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 Vielen Dank. 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 Und... ... 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 Hallo, Seppe Joris. Seppe Joris, Mama Joris, Mama Joris, Seppe Joris, hoe gaat het met jou? Mama, we zijn het allerweer. We komen door ons en vanaf ook. Jonas, papa. Hallo, hallo. Hallo, Seppe Joris. Hallo, Seppe Joris. Hallo. Hallo, Seppe Joris. Hallo. Mama. Zijn we klaar? Nee, kijk. Kijk, hier kun je ook kijken. Nee, je kan het niet. Ja. 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 Moet ik het niet. Klaar. Maar even, nee, niet klaar. Nee, maar ik wil het niet, ne. Nee, ik wil het baard was daar. Das ist ein Liebener. Das ist ein Liebener. Ja. Ja, das ist kaputt. Aber Owen? Ja, du hast ihn kaputt, aber... Du bist dann zur Weg. Dann muss ich den meneer sagen, dass ich es kaputt ist. Ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann. 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 Nichts. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Die Mann. Man Okay? Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ............... ......... ............... ............ ..................... ......... ............ ............ ......... ......... ......... ............ ............... ...... ...... ...... ...... Also wir können, wenn wir jetzt ein Busser fahren, in der Linese und wir können noch einen Durchgang kriegen. Dort kann ich aber den Busser auch nicht ausfahren. Weil Busser hat ja auch ein Busser hier auf. Ach, die Tube, die Tube. Ja, ja, fahr mal noch vorab. Busser hat ja auch ein Busser. 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 Vielen Dank. Hallo? 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 Nein, ich glaube, das ist so... Hallo? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Egal, ich wusste es nicht. Ja, aber du kannst es auch hier, was für dieses T-Tune-Room, du kannst es auch was T-Tune, was du Freibringer möchtest und dann hier was Sprecken. Jetzt sehne ich mich jetzt davon. Genau. Kannst du dich mal reinlegen? Nee, ich nicht. Okay. 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 Wir sehen uns jetzt da vorne. Ja, ja, achso, ich sollte die Kopfhörer aufsetzen, sollte ich die Kopfhörer aufsetzen, also was sollte ich jetzt machen, Klara? Ja, sag mal was, hallo? Was ist denn da? Gehört das hier wirklich dazu? Ich glaub nicht, dass das hier das Kunstwerk ist. Oh, raus hier. Ist das einfach? Ja, ich war da drin. Echt? Ach, ihr dürft da YouTube. Das wär was für die. Komm, ich mach mal ein Foto. Also, cool, ja. Tut mal so genau, tut mal so, als ob ihr gerade quatscht. Ei, ei, Captain. Ist die, dann komm ich mit da rein. Ist Zeit. Hallo? Hören Sie mich? Wir müssen hier hingucken. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja. Ja? Klar und deutlich. Oh, da sehe ich jemanden durchs Guckloch. Klara. Ihr müsst irgendwo was sagen. Ihr seid live auf Sendung. Wir sind live gerade auf Sendung. Hier sind Kati und Kati. Wir zeigen euch heute was über irgendetwas. Hallo meine Damen und Herren. Hallo meine Damen und Herren, wir zeigen euch heute was zur Kunstakademie. Wir sitzen gleich da drin und ja, wir beginnen einfach mal. Action. 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 Okay. Da zeigen wir den Tod. Schau mal. Da zeigen sie den Tod. Hallo. Hallo. An. Und ja. Wir singen heute, in der Zeit wollen wir sie heute über Computer zeigen. Ja. Ich meine das ist doch eigentlich interessant. Oh. Echt cool. Äh, jetzt ist ein Spiegel. Ja. Da da보다. Da da. Da da da. Clara, hier kann man einfach ausdrücken. Aber auch sind dann nicht. Und hast du da recht schön krank? Nein, meine Eltern waren das bestimmt nicht. Nein, auch nicht. Jetzt, ja. Super. Sehen wir uns? Bei YouTube? Sehen wir uns jetzt bei YouTube? Hört ihr mit zur Installation? Ihr müsst mal langsam raus. Hallo, meine Damen und Herren. Oh, mein Gott. Hallo. Hallo? 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 Aua. Was ist laut? Oh, mein Gott. Clara, wenn man da reinspricht, hört man. Komm, Clara, doch mal. Klar, ich muss doch eigentlich wiederkommen. Sehen wir uns bei YouTube? Ja, vielleicht. Komm. Ich muss jetzt was sehen. Ich guck mal, was ich machen. Also, Fesh. Hallo? Hallo? Also, ich bin Sinaipankarz. Wir treffen Sie heute zu unserer Live-Show. Ja. Jetzt mal die Kopfhörer auf. Au. Au. Hallo? Hallo? Nein, wenn die hat jetzt die Kopfhörer speichert. Na, sagt ihr da auch irgendwie einen Play-Drücker, hat die einen Knopf gedrückt, dass man kann? Weil, dann könnte es mir gleich aufgelaufen. Hallo? 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 Also, wir erzählen euch heute was über Witze, und ich habe hier auch schon eine Kandidatin, die ist freiwillig gekommen. Erzähl uns doch mal einen Witz. Weißt du einen? Kannst irgendeinen Ausdrucken. Okay, ich erzähle einen Witz. Ähm. Erzähl uns doch irgendwas. Keine Ahnung. Okay, dann übernehme ich das mal für Sie. Also. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Bäcker. Da sagte Fritzin, hallo Oma, ich gehe zum Bäcker. Da ging Fritzin zum Bäcker. Und da sagte Fritzin, ich würde gerne 99 Brötchen haben. Da sagte der Bäcker, warum nimmt sie nicht gleich 100? Da sagte Fritzin, wer soll die denn alle essen? So, und das war auch heute unsere Live-Sendung. Und dann bis bald. Tschüss. Ciao. So, alles war lustig. Könnt ihr auch mal bei mir zu Hause machen? Wo sieht man uns denn jetzt? Wirklich? Wie da? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Clara. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Ja, gut. Ja, gut. Vielen Dank. 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 So, und das war's auch schon fast. Ja, ich werde einfach nochmal ein Witz erzählen. Was soll ich jetzt machen? Ich erzähle, ich erzähle eines Tages ging es kurz in die Kirche. Da hörte er, da hörte er, da sagte er, in die Hände falten und beten, in die Hände falten und beten, in die Hände kacken und kneten. In die Hände kacken und kneten. Dann sagte er, da sagt er, wenn du es noch einmal machst, wenn du es noch einmal machst, dann rutscht er, dann liest du auf den Kirchdach und springst runter. Dann sagte der Pastor wieder, die Hände falten und beten, die Hände falten und beten. Dann ist er verstanden wieder, in die Hände kacken und kneten, in die Hände kacken und kneten. Dann sagte der Pastor, jetzt gehst du aufs Hausdach und sprang rundscharf. Dann ging er aufs Hausdach und sprang rundscharf. Dann ging er aufs Hausdach und bekircht auch. Und dann rufte jemand von unten, wenn du runtersprichst, dann bist du tot. Dann sagte Fritzchen, Fritzchen war stand, wenn du runtersprichst, kriegst du Salami-Brot. Und das war's auch heute, wir sagen Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 So, und jetzt? Weiß ich nicht. Sollen wir Gloria Victoria singen? Ja, wenn wir nichts singen, dann gehen wir mal wieder. Oder du sagst ein Gedichter auf, das mit einem Weihnachtsmann. Ich muss schon was machen. Ja, das ist ja... Ja. 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 Ja, die haben wir ausgedrückt. Ja, gehen jetzt nicht. Die haben wir ausgedrückt. Ja. Scheiße, die Maus klappt nicht. Jetzt hätte ich ja da auch schließen können. Oder es war jemand anderes. Ja, man kann die Maus nicht benutzen. Oder sie hat irgendwie Schäden aufgetrückt. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja, 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 sprechen nicht, schreiben, also es gibt so eine Chatfunktion, aber man kann auch reingehen, wenn man reingeht, wenn man reingeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist jemand dran gekommen. Die Maus funktioniert also nicht. Ich check das mal ab. Ich habe dich immer an. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, aber ich meine, der Stream funktioniert ja, man kann aufgenommen werden, das ist ja nicht so richtig, genauso funktioniert. Also jetzt nicht so schlimm, nicht so dramatisch. Ja, 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 haben wir geschafft. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also jetzt funktioniert alles nur die Maus gerade nicht, aber das Mikrofon und Kamera und so, alles funktioniert. Und hiermit kann man sich dann in die Welt... Bitte? Von mir aus kann man dann in die Welt... Ja. Hallo, hallo. Ja, das ist komisch. Das ist so verabend. Das ist so komisch. If you ever had something you wanted to teach somebody, perhaps something you wanted to share with me, that's your job today. Das ist so komisch. War ich nicht mal schon drauf? Doch, doch. So eine Frage. Nein. Ich könnte es rein sprechen. Nein, danke. Das ist echt der Wasch. Ich hab das mal angelegt. Tschüss. Jo, bist du glücklich? Äh, hallo? Äh, schönen Tag euch. Also ich verstehe die meisten Wachen mit deinem Bruder und grüße mich. Okay. So. Das hängt zu über... Das hängt zu über... Das hängt zu über... Das hängt zu über... Nein. Das hängt zu über... 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Wir begrüßen Philipp Dachsler. Dachsler. Nilsins. Fast. Das Thema Raum 12. Wir haben ja viele Räume. Der schöne Effekt ist ja, dass hinten immer die Leute reingucken können. Auf jeden Fall. Ah, hier ist es live. Ich hätte nicht pudern sollen. Spiegelt alles, ne? Ja, spiegelt viel. Gibt es hier puder? Extrem unprofessionell. QR-Codes gibt es auch. Reine Werbung. Ich glaube, es wäre eigentlich... Wir haben einen Gast von der UdK hier auch. Wir können auch immer Gäste sein. Ah, natürlich. Featuren. Ja. Schon drei Akademien anwesend, ja? Genau. Aber ich glaube, sie ist... Sie hat, wie ich, Lampenfieber. Ah. Sobald eine Kamera an ist. Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe jetzt nicht so viel Lampenfieber, weil ich mich mit euch wohlfühle. Ja. Und weil es nur zwei... Ein... Guck mal. Wir haben einen Zuschauer verloren. Oh. Chihang, die macht sich jetzt auf den Weg zur Akademie. Sehr gut. Chihang, komm mal her. Ich will auch ein Mikro von meinem Gesicht. Ich glaube, es ist viel einfacher, sich dahinter zu verstecken. Ja. Ja. Das will ich. Wir sind live auf YouTube. Aber halt... Mach mal... Deine Eltern grüßen. Ja, mach mal. Grüße an Michael und Ingelin. In Weckche. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Ja. Aber was mich mal so interessieren würde, ob so eine Art Analyse stattfindet. Also ob Chihang hier eine Analyse stattfinden... Also machen wird im Nachhinein, über was hier so im Durchschnitt gesprochen wurde. So was die Themen... Was die meisten Themen waren, die hier behandelt wurden. In dem Kanal. Ja, weil ich glaube doch, dass es doch sehr persönlich war hier. Dass die Leute sehr situativ gearbeitet haben. Also praktisch dann doch die Situation als Thema genommen haben. Ob sie sich dann so selber gefilmt haben. Oder irgendwas nach draußen adressiert haben. Aber gar nicht so... Viele sind auch aus sich rausgegangen. Ja. Und ich denke, viele haben auch gedacht, der einzige Effekt ist, dass hier gefilmt wird und dann wird es hier projiziert auf dem Video. Viele haben, glaube ich, nicht verstanden... Dass es richtig live ist. Dass die ganze Welt nicht schauen kann. Ich muss aber weiter... Ich habe meinen Gast hier. Das war eine große... Hat mich gefreut. Ja, ne? Ja. Ich bin ein großer Fan von dem Kanal und von dem Raum. Bis später, ne? Like, 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 like. Aber es ist schon wahnsinnig warm hier auch. Ja, total. Und extrem stickig. Ich glaube, wenn man hier zu macht, ist es eigentlich auch nochmal besser, weil dann... Meinst du dadurch wird es so intimer? Ja. Ja. Ja, intimer und der Schall, der dringt hier auch nicht so ein. Ja, voll. Aber ja, das stimmt schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dachten, der Adressat ist nicht die große, weite Welt, sondern die Leute, die dort vorne hinter dem Raum stehen, sich das anschauen, ne? Ja, ich glaube, auch viele waren hier mit so... Also vor allem sind hier Leute rein, die mit einer Gruppe unterwegs waren und die sich dann so gesplittet haben und dann so zwei Leute hier drin waren und der Rest der Gruppe war draußen und die dann so in irgendeiner Form interagiert haben. Ja, miteinander kommuniziert, ne? Ja, das habe ich auch einmal beobachtet. Wie einer mit dem Smartphone kommentiert hat und sein Freund saß hier drin, glaube ich, wenn ich das richtig gedeutet habe und hat halt mit ihm gesprochen. Also er hat gesprochen und der Kollege hat geschrieben. Ja, also ich meine, insgesamt ist es ja eigentlich relativ angenehm, und ich könnte mir auch vorstellen, hier einfach eine Stunde zu stehen und dann erst so richtig anfangen zu... Also so, dass man diese Kamera gar nicht mehr bemerkt und das Mikrofon und... Ja. Bis drumherum dann eigentlich erst so... Ja, ähm... So mit einzugeziehen. So, ich glaube, momentan so... Und man kommt hier rein, ist so ein bisschen überfordert. Hier gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Ja. Und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt, weil man auch nicht weiß, wo man da soll man reingucken, da soll man reingrinzen und gleichzeitig sieht man sich aber da von der Seite und da irgendwie... Verzögert. Genau. Also nur das ist die richtige Kamera, die irritiert, ne? Ja. Aber warum gibt es die hier überhaupt? Das ist, äh, gute Frage. Und dann kann man so das Mikrofon so... Äh, und dann, ne? Durch die Verzögerung ist das auch so eine Sache. Ich glaube, vielleicht war es so gedacht, hier halt nur den Chat zu sehen, damit diese Maus funktionieren. Ja. Also ich meine, genau. Also ich meine, schade ist natürlich, dass wir jetzt nicht sehen können. Wir haben übrigens einen Zuschauer wieder dazubekommen. Oh, wow. Noch einen Zuschauer dazu. Wow. Jetzt läuft's. Ähm, dass man, ähm, ist schade so, dass man nicht, äh, den Chatverlauf sehen kann tatsächlich. Weil ich würde jetzt gerne sehen, so was die Leute vielleicht auch nur den Raum an sich denken. Gar nicht so sehr, ob sie jetzt uns schön finden oder nicht. Was natürlich trotzdem cool wäre, zu hören, aber, ähm, genau. Ähm, ziemlich interessant. Hast du eine Batterie dabei? Nee, leider nicht. Was ist die? Batterie? Es funktioniert. Wow. So, jetzt? Warte mal. Nee, jetzt wieder nicht. Scheiße. Ähm, nice. Es gibt auch so einen Trick mit Batterien, wenn man die irgendwie irgendwo hinlegt, ne? Auf die Heizung oder sowas. Ja, kann sein. Man kann die auch kühlen im Kühlschrank. Dann halten die auf jeden Fall länger. Ähm. Ja, jetzt kommt der Nils Simon Fischer in den Teaching-Modus. Jetzt komme ich langsam in den Teaching-Modus. Jetzt habe ich auch wirklich was gefunden, was ich erzählen kann. Heiße. Aber, sag mal, sag mal ehrlich. Jetzt fungst. Wo ist der Chat da, ne? Ähm. Ja. Live-Chat? Live-Chat. Ja. Da. Tolle Stimmen. Ah. Great artist. Sehr schön. Aber bezieht sich das auf uns, oder ist das bald? Ja, natürlich. Alles auf uns. Mola. Alles bezieht sich auf uns. Ähm. Aber, ähm. Aber sag mal, was genau findest du schade, was nicht so funktioniert in dem Raum? In welchem Raum? In Raum 12 oder im Teaching-Modus? Nee, ich würde sagen, im insgesamten Raum. Im insgesamten Raum. Naja. Naja, also, ich fand das Konzept von Anfang an total stark. Aber, also, was meinst du mit Konzept am Anfang ganz stark? Also, als wir noch versucht haben, mit Stühlen zu arbeiten, nur mit Stühlen zu arbeiten? Nee, ähm, die Überlegung, äh, die Menschen hier in irgendeiner Weise, ähm, anzuhalten und in Austausch mit uns zu kommen. Ja. Ähm, ähm, und über, äh, und gleichzeitig auch über unsere Kunst nachzudenken und dieses, dieses Phänomen vom Rundgang aufzubrechen. Hier vom Raum zu Raum durchzurauschen und, äh, ohne dass die Leute es direkt ahnen. Ja. In, ähm, in diesen Raum eintreten und, äh, eine halbe Stunde drin bleiben müssen, weil wir, äh, sie durch Ketten und Barrieren, die wir aufstellen, daran hindern, hier, äh, schnell wieder raus zu verschwinden. Ja. Und, daraus ist ja eigentlich dann auch die Idee entstanden, diese fünf abgetrennten Räume zu machen. Ja. Und, ähm, natürlich gibt das auch ohne die Barrieren, äh, was her. Also es ist auch natürlich eine starke Raumarchitektur. Ähm, mit guten Kunstwerken drin. Aber, ähm, meine Erfahrung war schon, dass dieses, äh, Interagieren die paar Mal, wo wir das gemacht haben und wirklich auch diese Barrieren aufgestellt haben und, äh, Security Guards gespielt haben und die Leute haben wirklich warten lassen. Das waren sehr, sehr, sehr spannende Momente. Die auch wirklich funktioniert haben und die gar nicht so schockierend waren, wie ich es gedacht hatte. Also ich hätte viel, viel mehr, ähm, viel mehr Wut gerechnet bei den, ähm, bei den Besuchern. Ne, es war eigentlich ziemlich viel Verständnis. Ja, total. Ja, und auch so einfach die Spannung jetzt mit so einem, ja, mit so einem Irrsinn konfrontiert zu werden, ne? Also, weil den meisten war ja eigentlich gar nicht klar, warum sie jetzt warten müssen. Es gab ja auch eigentlich keinen Grund, außer die komplette Weltführung. Ja, ja, voll. Aber es war auch wirklich schön zu sehen, wie viele Leute Danke gesagt haben, nachdem ich sie durchgelassen habe. Ja. Das war ja auch total, äh, eine schöne Erfahrung. Weil ich meine, wir haben denen ja eigentlich Freiheit genommen und die haben sich dafür noch bedankt, dafür, dass wir sie, sag ich mal, sehr einfach, respektvoll geleitet haben. Ja. Aber ich glaube, wir haben das nie gemacht, wenn zum Beispiel, ähm, also wir haben das wirklich nur in zwei Tagen gemacht, ne? Habe ich das so richtig geschafft? Gestern habe ich nochmal einmal kurz mit Julia und dann gab es ja diesen einen Flow, den wir mal hatten. Ja, ja, ja. Das ging ja schon so drei Stunden, ne? Ja, ja, aber das war irgendwie schon mit, Mittwoch oder sowas, ne? Das war Mittwoch, ja. Und ich glaube, der erste offizielle Tag, ähm, ja. Ja, und wie fandest du das jetzt? Also denkst du, der Raum funktioniert so? Also ich, ich glaube so, ein Aspekt funktioniert tatsächlich und das ist so die Entschleunigung. Ähm, das finde ich schon ziemlich besonders und das habe ich jetzt auch schon von vielen mitbekommen, dass die, ähm, dass das so funktioniert, dass die Leute wirklich sich sehr gerne, sehr lange, äh, hier in dem Raum aufhalten und so die einzelnen Arbeiten, äh, ziemlich konzentriert anschauen können. Ja. Ähm, und also wirklich auch von Leuten, von denen ich nicht erwartet hätte. So, das fand ich erstmal... oder Menschen, die du kennst, die dann positiv zu geäußert werden? Ähm, ne, auch Kommilitonen, ähm, die eigentlich, würde ich sagen, so unsere Klasse immer sehr, äh, vielleicht so als extrem reißerisch betrachtet haben und so, immer so, immer so statementhaft belastet sehen, ähm, dass die dann auf einmal gesagt haben, ne, hey, schöne Atmosphäre, wo die Arbeiten, ähm, kommen in ihrer Gesamtheit irgendwie zu Gelde und bleiben trotzdem noch so relativ frei. Also, ja, das fand ich ziemlich schön. Ja, das ist ja, also in dem Punkt haben wir auf jeden Fall, äh, sind wir diesem Konzeptraum 12 von letztem Jahr treu geblieben. Ja. Es funktioniert ähnlich, dass es eine große Irritation gibt. Ja. Und dass sich der Raum verändert, also dass die Architektur sich von Zeit zu Zeit verändert, dass wir die Stühle neu positionieren. Es haben sich ja selbst Kunstwerke hier im Laufe der Woche, ähm, ähm, bewegt. Ja, voll. Und hängen jetzt an anderen Orten als vorher. Und, ähm, gleichzeitig sind wir ja im Vorraum auch immer präsent. Ja, voll. Also, es unterscheidet sich ja schon, Siegni, die kann zu allen anderen Räumen. Und, ähm, so gesehen funktioniert es schon. Also, das, was wir damals als, ähm, als qualitativ bezeichnet haben, in Raum 12. Ähm, funktioniert ja dieses Jahr auch genauso. Ja, voll. Ja. Ja. Ja, voll. Und gleichzeitig trotzdem, äh, ist es natürlich, aber im Endeffekt von der Dynamik her, ist es total das Gegenteil. Äh, also letztes Jahr war das so total unübersichtlich, im Sinne von, weil alles laut war, alles unfertig, alles in Bewege. Und heute, äh, bei diesem, bei diesem Rundgang ist glaube ich, das Besondere, das wir eigentlich, ähm, das, das ist, äh, immer noch so, was Bewegtes hat, irgendwie so, was Bewegtes hat, aber eigentlich sehr ruhig, sehr, fertig präsentiert. Ähm, aber wir sind ja hier in einem Raum der Kommunikation, deswegen wäre es wahrscheinlich schön, wenn der ein oder andere von draußen sich ebenso zu Wort melden würde, und muss nicht hier sein, kann auch draußen sein. Belebt den auch nicht. Wollen wir rausgehen? Geh mal raus. Okay. Ciao. Raus aus der Bums, Bruder. Yes. Hi. Ja, aber ich meine, wir können in der Innenrunde, können sie gleich nochmal ausblühen. Nö. Was hast du denn hier, die dranhängen? Schlüssel? Ah, ja, ja, ja. Ah, den jetzt zubrechen, da sind die. Er hat nur, äh, wo, die ich nicht auch machen muss. Nee, das ist die Handel. Ich muss hier, ich muss hier, wo, da ist, wie, wo, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Great Artist. 15 Abonnenten. Ich glaube, wir waren jetzt nicht auf YouTube. Hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Kannst du Tutorials machen? Einfach zögert, oder? Okay. Hi. Ja, hör ich mich so an. Hi. 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 Boah, die haben zwei Daumen hoch. Ja. Nee. Nope. Wir machen das. Ja. Wir haben zwei Live-Chat-Live-Technik. Ich freue mich auf eurem Gesicht. Geil. Oh mein Schalotze, pass mal auf. Das oder was? Weißt du, du hörst was. Hi. Ich höre das alles, was wir da sagen. Wenn wir uns anhören, ist es richtig komisch. Hi. Oh mein Gott. Was? Ich war sie für uns schaden. Du auch. Oh, ich spreche. Das ist ein Schatz. Ja. Ich fühle mich nicht richtig gut an. Ich bin Radfahren da vorne. Was? Ja, ich höre nicht viel an. 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 Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich höre nicht viel an. Ich höre nicht viel an. Ich höre nicht. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lass mal, komm mal hier neben mir. Wo bist du? Auf der Kamera? Ich bin da. Ach so, das ist so gut. Ja, da, komm mal hier. Ich bin da auch traurig. Ja. Oh Gott. Paula, ist es auf YouTube? Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, das ist ja auch da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich auch mal was schreiben? Hey, Bax. Das hört echt so aus im Bühnen. Aktuell zwei Zuschauer. Das ist echt so in der BOOF gerade. Vielen Dank. 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 Hallo. Hallo. Ja, da ist... Ja, also... Ja, da ist... Hallo, da ist... Kamera. Es ist... ist... freie... aktiver... seit... Leute... ..., ja, da ist... Sie wollen... nicht frei sehen. Wir haben... ein Dis... ..., ja... 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 Ja, das ist ja ganz schön. Ah, kannst du das wiederholen? Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 ...... ... ...... 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 ......... ...... ...... ......... ...... 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 ......... ......... ...... 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 ......... ...... 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 Deine Haut ist weich und sanft. Was ist sanft? So ist sie weich. Nee. Nee, das ist okay. Okay. Drei, fünf. Ja, die Hände sind das andere. Was ist das? Vier. Ich bin ein friedlicher Mensch und schwer aus der Fassung zu bringen. Keine Ahnung. Hast du dich schon oft geprügelt? Hast du geprügelt? Ja, aber schon lange Zeit. Also bist du tendenziell friedlich? Ja. Vier oder fünf? Ja. Mein Schlaf ist tief und fest. Bei weniger als acht Stunden Schlaf fühle ich mich tagsüber unwohl. Bei weniger? Noch mal. Weniger als acht Stunden Schlaf? Ja. Geht's dir nicht gut? Ja. Kann sein. Vier. Vier? Ja. Okay, wir haben's gleich geschafft. Ich neige zu Schleimbildung in den Atemwegen und zu Kröttergebühren. Schneige. Schneige, was heißt Schneige? Ich neige. Neige? Also wenn man eine Tendenz hat, also dass du etwas mehr in die eine Richtung gehst, als in die andere. Okay. Wenn du eine Erkältung hast, hast du ganz viel Schleim in deiner Nase. Okay, für Schlaf. Ja. Okay. Ja. Und hast du viel Völle gefühlt. Wenn du was gegessen hast, hast du Sopran oder sowas. Okay. Was physical also? Ja, ordentlich physical. Also ich neige, was habe ich... Ja, also du neigst zu etwas, wenn du eine... Also das ist auch die Neigung. Weißt du? Eine Neigung. Ja, ja. Atemwege sind hier die Nebenhöhlen. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Zwei. Ja. Du nimmst sehr schnell an Gewicht zu. Nee. Null. Eins. Wenn ich sehr beschäftigt bin, kann ich leicht auf eine Mahlzeit verzichten. Also dann kannst du ein Essen auslassen. Wenn du in der Akademie bist und dann ist es egal, ob du isst oder nicht. Ja, weil ich beschäftigt bin. Fünf oder sechs? Gut. Was war es für mich? So. Dein Körperbau ist eher kräftig und schwer. Hm. Schauen wir mal. Zwei. Drei. Ja. Zwei. Drei. Das ist sehr ausgeglichen. Oh mein Gott. Was ist ausgeglichen? Du lebst ein sehr gutes Ayurveda-Leben. Okay. Ayurveda. Das ist ein leichten Pitta oder Pitta-Überschuss. Sonst ist es wirklich sehr, sehr schön. Also. Ähm. Bla, 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 bla. Menschen mit einer Dominanz von Pitta haben einen mittleren Körperbau, essen viel, tragen in der Regel jede Nahrung und haben zwei oder drei Stuhlentleerungen. Müssen sie eine Mahlzeit verschieben, sind sie leicht gereizt, bla, 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 bla. Sie sind ordentlich, erfinderisch sowie ehrgeizig und entscheidungsfreudig. Sie gerät Pitta aus dem Gleichgewicht, nein, viel zu Perfektionismus, Zornesausbrüchen, Gereiztheit, Hautausschlägen und Entzündung. Mensch. Das ist gut, wa? Ja. Bin ich gut für Sie? Ja, ehrlich gesagt, das bringt dir jetzt wahrscheinlich gar nichts. Naja, das hat man in der Regel geändert. Total, ne? Also ich gehe raus von diesem Raum. Und du bist so. Ja. Puh. Sehr, sehr gerne. You're welcome. Thanks. Danke sehr. Ciao. Vielen Dank. 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 Hallo. 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 Hallo? 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 Ja? 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 Vielen Dank. Ach so? So, meine Klammer. Das ist ja mega geil. Was ist los? Das ist auch noch jemand. Hallo? Und wo ist das? Das ist da woanders. Das ist ein Livestream. Das ist wahrscheinlich ein wenig verzögert. Das dauert kurz. Das hat eine Verzögerung. Das dauert halt. Denkst du? Ja, wir kommen dann da schon. Wenn du ans Ende gehst, müsstest du mir kommen, oder? Krass. Schön. Und das ist halt alles auch nochmal geil, was du da haben. Deswegen darf ich jetzt auch beide schreiben. Ach so. Weil da haben sie noch mehr Probleme damit. Ah ja, da stimmt. Da war die. Ja, da hast du es. Ja, ja. Da hast du es. Ja, ja. Da hast du es. Ich will es aber dafür, was ich meine, so großporiger. Ja, schau mal, ob du es irgendwie nicht passieren kannst. Vielleicht kann man da mit dem Programm irgendwas machen. Ja, wir können jetzt total was Gutes machen. Du meinst jetzt, wo wir drinnen sind, in dem coolen Projekt, da kann man alles gut machen. Warte, wo ist die Kamera? Da. Stimmt. Hallo Leute, wir sind hier in Düsseldorf Akademie. Kauft uns. Und ich höre, also ich höre das ja auch, was da steht. Wie was steht. Was da, was da, was da. Also du musst mir reinreden. Ja, weil da ist ja das Mikrofon dringbar. Aber da ist ja das hier. Da haben wir das Mikrofon hier. Das ist jetzt, oder? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich, genau da habe ich gesagt, dass ich verzögert bin. Ja, das ist ja so total alles. Ja, jetzt hast du da over median mäßig. Ja, ich habe mir dann mit einer Kamera raus. Das ist gut. Wenn wir das weitergeben. Ja, vor allem, wo ich es heute wieder auf den Stock schaut hatte, in dieser Zeit. Ja. Ja. Also wenn ihr das wisst hätte, dann hätte ich mir auch noch mal meine Masken aufgezogen, oder irgendwie. Aber so, dass ich jetzt im Grenze kommen hätte. Aber schau, hier sieht man Pickelchen, Herrchen, und da haben wir nicht. Also ja, das ist Pixel, also Pickel, wenn da zu Pixeln. Pickel gehören zu Pixeln. Deswegen sieht man das. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 ... 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 Wenn du hier auf den Film bewerbenst du mit einem Film zu machen, dann schicken wir mal vor. Das ist auch immer so wichtig. Ja, ich bin irgendwie besser dabei. Da ist es so einfach. Da ist es so einfach. Ja, ich bin einfach so einfach. Hallo. Hallo? Hallo? Wir sind in der Karte. Hier ist es YouTube. Nein, es ist nicht so schnell. Es ist schon mal wieder. Wir werden noch ein paar Mal singen. Wir werden noch ein paar Mal singen. Wir werden hier noch ein paar Mal singen. Wir werden hier noch ein paar Mal singen. Krooster-Arcademy Dissage Ah, dann POM Wir YouTube-Jongsam-Nagieren Wir 얼굴-Jongsam-Nagieren Wir-Jongsam-Nagieren Oh . 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 Ja? Vielen Dank. 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 Ja, du kannst du ja auch hören. Vielen Dank. 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 Ja, Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe... Hallo? Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... If... Ich habe... ... Ich habe... 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 Ich... 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 Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich... 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 Ich...